Willkommen bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da findest du Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitch, Tiktok und da kannst du mich überall folgen und abonnieren, bitte. Und sogar auf YouTube, kostenlos abonnieren auf YouTube, bitte. Danke. Und heute vermehren wir Sonnenblumen. Hier haben wir Anzuchterde, hier haben wir Topf, da haben wir die Anzuchterde hinein. Hier sind die Sonnenblumen zusammen. So, jetzt haben wir schon auf die Erdoberfläche gestreut. So schaut das jetzt aus. So, jetzt da mal angüßen, das zeige ich euch. Jetzt geht es mal mit der Kieskanne schön rüber. Jetzt reicht es mal. Jetzt setze ich mich kurz dahin. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, bis zu nächstes Video und schaut heute bei Instagram vorbei. Und tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und schaut in die Videobeschreibung. Daumen hoch. Damit misst sein. Dann geht's ihnen tschüss. Bis zum nächsten Mal.